Heute ist mir alles egal, denn du bist phänomenal, ich probiere... Bitte wartet ab, bitte macht euch dann die 1.0.0 drauf und kommt auf unseren Server. Connectet drauf, joint drauf und gebt uns neue Angaben im Forum. Ich bin jetzt erst zum Video dazu gekommen, da ich jetzt erst Zeit habe und ja, das war eigentlich auch schon wieder soweit von mir. Also wir haben 1.0.0, also das ist die Vollversion und im Moment ist unser Server, weiß ich auch nicht warum, ein bisschen langsam. Ich werde nochmal auf den Runden nachgehen und unser Atmen ansprechen, spätestens morgen oder übermorgen wird unser Server richtig wieder funktionieren, dass ihr einfach drauf connecten könnt und ja. Okay Leute, dann sehen wir uns auf unserem Server und also bleibt weiterhin bei uns und das wäre echt geil. Ja okay Leute, ciao und bis dann Leute, tschüss.